Hallöchen, alles die Versleiten, ich bin zu Gau. So, ich war jetzt krank, war im Krankenhaus. Bin wieder nach Hause gewesen und morgen meine Arbeit angefangen. Laut Doktor darf ich eh noch nicht, aber was soll ich Weihnachten, Silvester vergessen? Jo, ich weiß nicht, man sieht vielleicht oder was. Irgendwann der Zunge. Könnte ich zuschauen, wenn ich lebt, sonst nicht mehr zu schauen. Jo, ich war jetzt ein bisschen einkaufen und eigentlich das Arbeitsgebot gekauft, ein bisschen Schmuck. Und, ohlala. Und jetzt werde ich noch ein bisschen was zu essen von mir weggehen. Und dann meine Augenbrauen machen, dass ich am Abend wieder halbwegs fit ausseine. Jo, das war's aber eigentlich wieder. Ich will mich später.